Ja guck mal, er hört und kommt dann direkt und es ist gar nichts drin. Trotzdem hört er gut. Jetzt mach es mal bei einem anderen. Klopfst du mal auf den anderen. Da ist ein Parcours zum Durchlaufen um die Hütchen rum und hier war eigentlich was wo er heben musste. Aber jetzt machen sie eine andere Übung draus. Jetzt klopfen sie hier rum. Und Käppi will glaube ich nicht mehr. Der soll seinen Parcours ablaufen eigentlich. Aber der flitzt immer im Schnee rum. Der ist ganz spritzig, dann kann ich ihn kaum halten. Aber der spielt immer gerne mein Spielekind. Das war's. Das war's.